Hallo, willkommen zu dem neuen Böller Video von mir hier und zwar habe ich jetzt von Pyrofactory die Scream 3 Stück Das scheinen große Teile zu sein N.E.M. Jawoll Ich mache es auf sonst gefällt mir nicht, dass hier Whistling Pulver rausrieselt Ah ja, große Teile halt Na gut, dann viel Spaß beim Test Und die sehen hier mit Bengal Masse erstmal aus Ne, Alter, was gerieselt hat, war bloß der Dämmstoff So, Scream Ho, ok Noch einer Ja geil pfeift kurz bengal und knall ist richtig gut dann tschüss